Die neue Staffel von Bauer sucht Frau ist zwar gerade erst angelaufen, doch die Chemie zwischen Milchviehhalter Manfred und Bewerbärin Susanne, die stimmt. Eine überstürzte Frage sorgt jetzt allerdings für Missmut. Schon beim Scheunenfest sprühten zwischen den beiden Singles mächtig die Funken. Nur wenige Stunden nach ihrer ersten Begegnung hielten sie bereits Händchen. Auf der Hofwoche wollen sie sich nun besser kennenlernen. Was bei Manfred und Susanne sofort auffällt. Arbeit und Spaß halten sich die Waage, meist eine gute Voraussetzung für eine zukunftsfähige Verbindung. So hilft die Hofdame beim Umzug der Kälber, ist sich aber auch für eine Heuschlacht nicht zu fein. Ein erster Kuss scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch am Ende der aktuellen Folge, die am Montag ausgestrahlt wurde, kommt es zum ersten Dämpfer. Auslöser ist ein Treffen mit zwei engen Familienmitgliedern von Manni, Onkel Elvin und Cousin Patrick. Der Gastgeber hat dazu extra einen Stehtisch im Garten aufgestellt. Es gibt Gebäck und Schnaps. Susanne freut sich. Ich fand es total schön, dass Manfred mir seine Familie vorstellen wollte, weil ich auch ein großer Familienmensch bin, erklärt sie gegenüber RTL. Plumpe Kommentare und aufdringliche Fragen der beiden Gäste lassen die Stimmung jedoch schnell kippen. Als die Hofdame auf ihre Kinder zu sprechen kommt, merkt Elvin trocken an, man braucht Treckerfahrer. Während sein Onkel den Nachwuchs bereits für die Hofarbeit einplant, will es sein Cousin noch genauer wissen. Wären die auch bereit, auf den Hof zu ziehen, hakt er bei Susanne nach. Unangenehm, schließlich kennt sie Manfred erst ein paar Stunden. An dieser Stelle wird es auch der Bauer sucht Frau Kandidatin zu viel, und sie muss ein Machtwort sprechen. So weit sind wir noch nicht. Es muss schon passen, stellt sie klar. Elvin ignoriert die Aussage und verweist darauf, dass das Haus viele Zimmer habe. Uff, die gesellige Runde hat der aufkeimenden Liebe auf jeden Fall einen Dämpfer verpasst. Verunsichert gibt Susanne später zu. Elvin hat ein Tempo vorgelegt, da kann ich ehrlich gesagt noch nicht mithalten. Im Deep Talk mit Manfred lobt der Cousin seinen Anverwandten dann noch einmal explizit für seine Damenwahl. Du hast eine so hübsche Freundin gefunden, die brauchst du dir nicht mehr schön trinken.